Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Intro wie immer, aber egal. Heute geht es um das neue Update von Lumina AI, was jetzt rauskommt, wo es endlich die lang ersehnte Funktion gibt, die eigentlich schon länger versprochen war, nämlich Himmel ersetzen und zwar mit Spiegelung. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich teste diese Funktion jetzt gemeinsam mit euch aus und wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze funktioniert. Ich wünsche dir aber ganz viel Spaß und ich hoffe, wir können beide was davon lernen. Ich habe jetzt hier in Lumina AI in der neuesten Version mal ein Foto geöffnet, was sich natürlich auch ganz gut eignet, um so einen Himmel zu ersetzen. Das muss man ganz klar sagen. Ein Himmel, so wie hier, wo keine Wolke wirklich am Himmel zu sehen ist, ist natürlich immer sehr, sehr einfach, dann auch den Himmel auszutauschen. Das heißt, dort arbeitet also das Programm sehr, sehr gut. Es erkennt also sehr gut den Himmel und da ist es besonders einfach, einen neuen Himmel einzusetzen. Wenn du jetzt ein Bild hättest, was schon sehr wolkig ist, dann wird es umso schwieriger, da einen neuen Himmel dann auch reinzubauen. Aber andersherum muss man sich natürlich auch überlegen, dass man wahrscheinlich, wenn man eh schon coole Wolken am Himmel hat, dann ist es ja noch unsinniger, eigentlich einen Himmel auszutauschen. Also wenn ich einen Himmel austauschen möchte, dann noch eigentlich in so einem Bild, wo der Himmel wirklich relativ langweilig ist. Das Bild habe ich mir jetzt sowieso mal ausgesucht, weil ich auch hier, wie gesagt, eine Spiegelung drin habe. Und das ist ja diese neue Funktion, die ich dir heute mal zeigen möchte, nämlich eine Spiegelung im Wasser, die automatisch dann auch mit einem neuen Himmel quasi mit dazu kommt. Wir haben jetzt hier die ganzen Werkzeuge auf der rechten Seite und hier gehe ich unter Kreativ direkt auf Himmel. Übrigens, wer Luminar AI vielleicht mal ganz am Anfang gesehen hat, da war das Ganze hier noch ein bisschen mehr unterteilt. Da hatte man hier diese ganzen Ordner auf der rechten Seite. Diese Werkzeuge sind zwar immer noch in Ordner unterteilt, man sieht es hier, Wesentliches, Kreativ und so weiter, aber trotzdem werden jetzt alle Werkzeuge untereinander angezeigt. Das ist schon in der letzten Version gekommen, ich habe dazu aber nie ein Video gemacht. Jetzt mal diese Ergänzung hier. Das heißt, alle Werkzeuge werden jetzt untereinander dargestellt, sind farblich so ein bisschen voneinander getrennt, sodass man jetzt hier wieder ganz gut scrollen kann. Das, was wir jetzt machen wollen, ist unter Himmel AI zu finden. Da klicke ich jetzt hier einfach mal drauf und vielleicht ist am Anfang hier alles erstmal so zugeklappt. Das kann man sich dann hier alles nacheinander öffnen. Man sieht aber schon, dass dieses Werkzeug relativ umfangreich ist. Das heißt, man kann hier eine ganze Menge aufklappen und eine ganze Menge einstellen. Der erste Schritt ist natürlich erstmal, sich einen Himmel auszuwählen. Da gibt es vorgefertigte Himmel von Luminar. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, diese vorgefertigten Himmel von Luminar würde ich dir auf keinen Fall empfehlen. Wenn ich schon einen Himmel austausche, dann doch bitte einen selbstfotografierten. Und wenn ich schon einen Himmel austausche, dann doch bitte einen Himmel nehmen, der auch einigermaßen von der Lichtrichtung passt. Ja, hier in dem Fall ist es jetzt relativ egal, weil man sieht jetzt hier das Licht, das kommt so halb von hinten, aber die Sonne ist eigentlich schon komplett weg. Es war jetzt hier schon Anfang blaue Stunde. Aber man sollte immer so ein bisschen darauf achten, von wo kommt eigentlich das Licht? Also was macht eigentlich Sinn? Wie gesagt, das hier sind jetzt die Himmel, die direkt in Luminar drin sind. Man kann hier auch mehr noch herunterladen, wenn man auf die Webseite von denen geht. Man kann aber auch ganz einfach mit einem Klick auf dieses Plus jetzt hier zum Beispiel sich selber Himmel auswählen. Ich habe das Ganze eben gerade schon mal ausprobiert. Deswegen habe ich meinen einen Himmel hier schon drin. Wenn du einmal einen Himmel ausgewählt hast, dann wird er hier auch automatisch dann in dieser Liste angezeigt. Finde ich auch ganz cool. Ist jetzt auch geändert worden. Jetzt gibt es hier so leichte Vorschaubilder. Das heißt, man sieht direkt, was man jetzt hier für Bilder nimmt. Und ich habe mir jetzt mal hier so einen Himmel ausgesucht. Der hat so ein bisschen Wolkenstruktur. Und da ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen die Sonne drin. Und da sieht man auch, dass man hier einen Himmel hatte zum Sonnenuntergang. Da ist die Sonne auch schon untergegangen gewesen, aber man hat trotzdem hier noch so ein paar leuchtende Wolken, was ich sehr schön finde. Und jetzt kann man ja mal ganz kurz gucken. Ich nehme das hier nochmal raus und man kann ja dieses Werkzeug ein- und ausstellen, wenn ich es jetzt ausstelle. Und jetzt achte mal auf das Wasser, denn da ist jetzt diese Spiegelung auch mit reingekommen. Diese Spiegelung kann man jetzt gleich noch verändern, aber ich muss sagen, das ist richtig cool. Also wenn du mal deinen Himmel austauschen möchtest, dann bietet Luminar jetzt ganz, ganz einfache Möglichkeiten dafür und vor allem auch eine realistische Spiegelung noch dazu hinzubekommen. Also das beeindruckt mich schon, was heutzutage möglich ist mit ein paar wenigen Mausklicks. Das sieht also schon mal richtig gut aus. Natürlich den Himmel selber, den müssen wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Dafür gibt es jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich jetzt hier mal die Ausrichtung einstellen. Das heißt, ich kann den Himmel hier noch verblenden. Wenn ich das jetzt hier nach oben ziehe, dann siehst du, dass die Verblendung, also der Horizont quasi so ein bisschen verschoben wird, wo der eigentliche Himmel anfängt. Ja, der steht am Anfang jetzt hier ein bisschen weiter unten. Ich kann ihn jetzt hier auch weiter runterziehen. Du siehst auch, wenn ich jetzt Himmel verblenden auf Null stelle, dann hat man hier so eine ganz harte Kante. Hier hinten sieht man das noch so ein ganz kleines bisschen auf der linken Seite. Je weiter ich das nach oben stelle, umso weicher wird diese Kante quasi. Und ja, das stelle ich ganz gerne mal, gerade in dem Fall jetzt hier, können wir das wirklich mal relativ hoch stellen. Dann hat man jetzt hier eine schöne, sanfte Kante drin. Und das sieht eigentlich ganz gut aus in dem Fall. Ich kann auch das ganze Bild spiegeln. Also wenn ich die Lichtrichtung von der Seite haben möchte, dann kann ich auch das tun. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, von wo quasi das Licht kommt. Ich finde es von der Seite ehrlich gesagt ganz schön. Ja, wie gesagt, ursprünglich eigentlich, wenn man das jetzt hier nochmal ausstellt, die Sonne ist, glaube ich, irgendwo hier hinten untergegangen. So sieht es so ein bisschen so aus. Von daher, der Himmel passt jetzt nicht optimal, weil die Sonne jetzt hier in dem Himmel von einer Seite quasi reinkommt. Aber dadurch, dass blaue Stunde war und jetzt hier die Sonne nichts mehr angeschienen hat, ist das noch vertretbar. Aber ihr seht schon, eigentlich passt es nicht wirklich. Für das Beispiel jetzt hier machen wir das jetzt einfach mal so. Okay, so dann kann ich den Himmel theoretisch auch noch drehen. Ich kann jetzt hier auch den horizontalen Versatz noch verstellen und den vertikalen Versatz. Das werde ich jetzt hier in dem Fall aber erstmal nicht machen. Dann als nächstes kann ich die Maske noch verfeinern. Da kann ich jetzt hier diesen Gesamtregler mal noch so einstellen und mal gucken, was hier noch passiert. Da geht es dann meistens darum, dass hier die Maske, die automatisch erstellt wurde, um den Himmel anzuwählen, noch so ein bisschen optimiert wird. Und ich kann hier auch den Regler Lückenschließen noch nehmen. Da sieht man gerade jetzt hier unten zum Beispiel, hier dieser Kran, der wird nicht ganz optimal von der Maske erfasst. Und wenn ich jetzt hier Lückenschließen nach oben packe, dann sieht man, dass dieser Kran jetzt hier wesentlich besser wieder heraussticht. Und auch Details korrigieren ist nochmal so ein Regler, den man nochmal bemühen kann. Da muss man immer so ein bisschen gucken, bringt das in den einzelnen Bildern noch was? Hier in dem Fall bringt es jetzt nicht so viel, von daher passt das so ganz gut. Gut. Und dann haben wir hier noch zwei Klappen, die wir aufmachen können. Einmal Szene neu belichten und einmal Himmelsanpassung. Bei dem einen Szene neu belichten, da geht es darum, dass wir unser Ursprungsbild, also den ganzen Vordergrund hier ein bisschen bearbeiten können. Himmel, Anpassung, logischerweise, da geht es dann um den Himmel. Wichtig ist halt in so einem Bild, wenn man den Himmel ersetzt, dass Himmel und Vordergrund gut zusammenpassen. Das heißt, wir können jetzt hier einmal die Szene entweder dunkler oder heller machen. Und diese Stärke der Neubelichtung, ich stelle es mal ein kleines bisschen hier so auf 22 ungefähr. Das passt schon ganz gut. Und Himmelsanpassung, da könnte ich den Himmel jetzt zum Beispiel noch ein bisschen unscharf machen. Das ist jetzt natürlich viel zu doll, aber wenn ich sehr offenblendig fotografieren würde, dann könnte man den Himmel unscharf machen. Atmosphärischer Nebel, das gefällt mir immer ganz gut, wenn man es hier so ein bisschen reinmacht. Macht den ganzen Himmel auch noch so ein bisschen heller. Wobei man das hier auch über den Helligkeitsregler noch machen kann. Da bin ich immer ein großer Freund von, den Himmel ein bisschen heller zu machen, nicht ganz so dunkel. Und ich kann auch theoretisch die Farbtemperaturen reinstellen. Ich kann es also ein bisschen wärmer oder kühler noch machen. Je nachdem, wie auch der Vordergrund dann so passt. Und in dem Fall würde ich es ein kleines bisschen kühler machen. Ja, und dann habe ich jetzt hier noch die Möglichkeit Spiegelung. Das ist auch was Neues, was hinzugekommen ist. Ich kann also die Stärke der Spiegelung noch einstellen. Standardmäßig steht die auf 50. Du siehst, ich kann das jetzt hier noch nach oben drehen. Dann sieht man mehr von der Spiegelung. Ich kann es aber auch fast komplett rausdrehen. Und je nachdem, wie viel du von dieser Spiegelung drin hast. Dieser 50 Standardwert, der ist eigentlich am Anfang immer ganz gut. Also mir gefällt es hier eigentlich ganz gut von der Spiegelung. Dadurch, dass man hier so eine Riffelung im Wasser drin hat. Dadurch, dass es ein bisschen windig war. Nicht zu viel Spiegelung. Man kann sich hier auch ganz gut an den Gebäuden orientieren. Ich finde das eigentlich in dem Fall schon relativ gut. So diese Standardeinstellung, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wenn du es ein bisschen doller haben möchtest. Dann kannst du diesen Regler auch gerne noch weiter nach oben drehen. Ja, und das ist jetzt hier quasi einmal der Himmel ersetzt in diesem Bild. Vorher, nachher. Mit Spiegelung, wie gesagt, drin. Finde ich, wie gesagt, ist sehr, sehr gelungen. Vor allem für den Aufwand, den man betreiben muss in dem Programm. Ob man jetzt den Himmel ersetzen möchte oder nicht. Das ist, finde ich, jedem selbst überlassen. Da sollte man überhaupt nicht urteilen. Es gibt durchaus Situationen, wo man mal den Himmel setzen muss oder vielleicht auch möchte. Und von daher, diese ganze Diskussion verstehe ich sowieso nicht so ganz, warum da überhaupt darüber diskutiert wird. Klar, wenn es dann nicht deklariert wird oder wenn man einen fremden Himmel verwendet, dann kann man darüber diskutieren. Aber letztendlich sind wir hier in einer Kunstform. Und ich weiß nicht, ob man ja auch in der Musik großartig darüber diskutieren müsste, ob man Autotune verwendet oder nicht zum Beispiel. Das ist ja auch immer so ein Ding, was da hochkommt. Wir sind in einer Kunstform. Und meiner Meinung nach sollte jeder seine Kunst so ausleben, wie er möchte. Und von daher finde ich diese ganze Diskussion eigentlich an den Haaren herbeigezogen. Wenn ihr jetzt meine persönliche Meinung hören wollt, ich bin keiner, der wirklich Himmel ersetzt, außer es ist wirklich mal notwendig, wenn jetzt irgendein Kunde was möchte, wo wenig Budget vorhanden ist. Aber ansonsten meine Landschafts- und Städtefotografie, da möchte ich die Bilder schon so widerspiegeln, wie ich sie auch gesehen habe. Soviel also zum Thema Lumina AI Update. Wenn du Lumina AI noch gar nicht besitzt, dann kannst du einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Dort habe ich dir die entsprechenden Links hingepackt. Und es gibt auch noch so einen kleinen Promo-Code, wo du nochmal ein bisschen was sparen kannst. Ich glaube, 10 Euro sind es insgesamt. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das heißt, mich unterstützt du da in meiner Arbeit hier auf YouTube auch ein bisschen. Ist also eine Win-Win-Situation, falls du Bock drauf hast. Ansonsten, wenn du Lumina AI schon besitzt, dann sollte das Update eigentlich jetzt bald zur Verfügung stehen. Und dann kannst du das Ganze ausprobieren. Ansonsten, falls du Bock hast, weiter Bildbearbeitung und Fotografie zu lernen, dann schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Denn dort gibt es sehr umfangreiche Videokurse zum Thema Lumina, zum Thema Lightroom, Photoshop und vieles mehr. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und ansonsten dann natürlich auch hier im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich jetzt, ciao und bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.